D-Tower Die RRF steht bereitgefahren von der ganzen Tower, den nächsten Radar während wir bauen, Der Konterstedt kommt jetzt auch gleich noch dazu. Aber ich bin ja mit ganzem Schmarrn, dass sie ein Bachelor in Passants macht. Mühe macht in der Zeit ja auch nichts. Also es ist ja nicht so, dass er Zeit verliert. Außer sie ist ja eigentlich Expansion auf der Ebene. Bist den Weg mal abgetan? Runden mal reinladen, weil es ordentlich ist. Er muss abgehen. Solltest du schon möglichst auswählen? Ja. Das war... Uah! Ja, das war ja... 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 Ich bin... Ja, ich bin... Jack and Jones. Wenn der Mio... Der Hälfte gar nicht mit hat, weil der auf der Bühne spielt und das ich schon vorher wusste... Dann musst du in den Sauern abgeweisen. Und ohne Hälfte spielen? Nee, und vorne ins Kurven gehen. Das ist ja am ESL-Stand gibt's für 75 mit und für 60, glaube ich, ohne. Hättest du was gesagt, ich hätte Glück gewonnen. Der Mio hat dann Hälfte da... Wie Dreck? Weil die haben sich vorher warm gespielt im Gang gemacht. Ja, hast doch schon mal Glück. Und wenn jetzt muss er nur noch... äh... Der wird erlauben, dass du beträgst. Doch, der gibt mir das so. Hahahaha! Nein, der... Der kämpfe ich drauf. Schickt rein. Habt euch die Pillen genommen? Schön pillenisch müssen. Machen du das? Du schickst vielleicht zwei Briefe im Monat? Hm? Macht einen Euro 10 mal 12... 15 Euro. So viel verdienst du im Monat? Ey, gern. Vertrag? Bei... bei SK damals. 15 Euro? 25 Euro? Ehrlich? Ich stelle beim Ami rum auf Postkosten übernommen. Genau. Wir erhalten Monat Postkosten übernommen. Hm. Zufrieden? Mh-mh. Alles klar. Ich weiß nicht eigentlich, wenn mir nicht hier so Briefe steht, Paddy. Besonders die rosa Prüfung mit dem Parfum kriegen. Ja. Du bist so out. Wo ist die letzte Spieler? Ja. Du musst das abzunehmen. Verstehen? Ja. Gleich bitte wieder alle Flaschen und so weiter vom Tisch unternehmen. Über irgendein weißes Logo oder sowas braucht ihr es auch unternehmen. Ja. Flasche runter. Kaugummis raus. Denkt dran. Dann die Möglichkeiten ab. Oder halt eben ein bisschen hochrücken, wie ich das auch mal mache. Interviewpartner für die Restzeit nicht an der Bühne sein. Ja. Und das kriegst du dann vom Cutler gesagt. Ansonsten alles klar? Rechts lassen alle in Ordnung. Ihr könnt spielen. Super. Und dann ein schönes Spiel. Dankeschön. Zeig mal bitte, wie ich letztes lange in der Pissung vorgrabben bin. Das muss gerne nicht sein. Also. Aber wir pissen in der Hand. Wir sollten Lama einnehmen, ja? So. Ich war erster. Ich gucke hier und sage, lass vor, lass den Booster gehen. Also ich mache meinen Russendux, Franz ist zweiter oder dritter. Und ich ziele hier so, der war so, ich schieße so ein, zweimal. Und Franz so. Und tot. Ohne Russendux. Mit oder ohne? Mit Russendux natürlich. Okay, dann könntest du es wieder nochmal realistisch machen. Ey, so mag ich das doch gar nicht. Genau so. Na ja, klar. Ich bin Victor, das muss man mit den Chatbot. Halt! Hei. 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 Du kannst ja mit mir mitfahren. Du kannst ja mit mir mitfahren. Du kannst ja mit mir mitfahren. Ich will ja auch mit dem Zug fahren. Ich will ja auch mit dem Zug fahren. Du willst ja auch mit dem Zug fahren. Du willst ja auch mit Köln fahren. Du musst ja zu Channels fahren. Du musst ja auch mit dem Zug fahren. Du überredest Andi das Haus nach Köln und dann erst nach Berlin zurück. Oh man, du hast dich schon wieder ordentlich. Du hast mir das selber mit. Wie nutzt er auch? Ja! 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 Wir stellen die Rechner an, die Unitor und die Spieler bringen ihre Häuser und Strukturen mit, weil das eben das Vortrag zeigt. hoch trainiert. Dann muss man genau das verstehen. Wie du sagst, es sei mit den Fussballerlern. Die machen ja richtige Reaktionen aus. So ist wir rum? Vorsicht! Und die Jungs brannten sich vor und finden dann wirklich, wenn der Lust geht, dann ist hier auch Stimmung. Ja! Ja! Es gibt ein Team. Genau! Und man sieht, richtig ausstoffiert, unterstützt von Sponsoren, und so wie beim Fußball, mit dem Logo. So sagt ihr jetzt auch neu, ne? Ja! Habt ihr auch eine neue Website? Ja, gut! Ja! 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 Wenn du stirbst! Wie soll ich jetzt hier einspielen machen? Also im Ideen wärst du nicht tot! Was? Im Ideen wärst du nicht tot! Ja, wenn ich reagiert hätte, wär ich ja auch nicht tot! Na gut! Das wäre ja gut! Wahrscheinlich wieder drin! Ich bin blind! Okay! Mal gucken, wie du im Laden bist! Schöne Reaktion! Schönes Prefire! Schlechtes Movement! Er spielt auf Stats und lässt die Mets vor! Wiederum schlechtes Prefire! Rund los! Aber wo Podo ist? Ich hab um die Podo reingerissen! Das ist doch gut! Hahaha! Hedgehog! 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 Ich verpissen! Boah! Ich hab auch noch Hedgehog von Muku! Ey, wie geht's denn bei dir rein, Kati? Und jetzt mal zu sieben. Ich bin in der Gegend! Boah, ich hab den jetzt ja riesengroßen vorgestellt! Jetzt kann er aber direkt dreigemaßen! Einfach Sehen! Fahrt ihr habt 100, Fahrt ihr habt 100! Sauber Jungs! Schön nach dem Außen! Klasse Runde! Hallo, da oben ist der Franz, hat keiner hingeschaut, kann sich ein bisschen Waffen holen. Wer vielleicht klüger gewesen vorbei ist, hier die Waffe aufzubauen. Zwei Waffen schon gehabt. Und der riskiert ja auch noch. Ich hab wen gedeckt. Ich hab wen gedeckt. Ich hab wen gedeckt. Geht doch bitte ran. Ich steck jetzt hinter uns. Sittert! Sittert! Raffi Wehrterot, 3 gegen 3, über die Bombe. Ich muss jetzt geholt werden. Diese Runde von 4 und 3, über die 3 gegen 2, die Bombe liegt. Und Raffi ist so wie... Nur Raffi, Raffi gegen 2. Der Jüngste. Basta, der Ruderot, 1 gegen 1. Sittert auf der Pommes. Nein! Raffi... ...Basta. Raffi dismanteln. Raffi Orahe an. Raffi loopen. Raffi apoyen. Raffi Clarke say Sharajä. estababadaение. An einem Chevrolet petit baromme. Vielen Dank.